Hey, schönen Morgen! Ich wünsche Ihnen allen einen sehr schönen Werk, von dem es Dienstag, den Tienden, September. Von dem will ich mutierend nach mir von Narzissism reden, und über ich will ich anfangen, von meinem eigenen Leben in mir zu vertrauen. So viele Dinge, als du nach mir kommst, grüß ich viel ohne sie, und mein Telefon und Whatsapp, und hier so, von dem hier in der Hand schieben, und also denkt, alles fehlt mal in der Garbage zu gehen, und gerade deswegen habe ich alle Freunde, die ich habe, mit Gottes Helpen und Gott habe, mit allen Püten, die ich in der Basis gewollt habe, mit den deutschen Männchen, die ihre Aufmerksamkeit, immer, wo sie geschaffen haben, und dadurch, dass das nicht wieder gehen kann, und ich habe über gewollt, ich glaube, dass das Narzissism geht, und dann, wo ich anfangen zu reden, von Empaths, wer dort ist, und wo du da bist, und wo uns dort nicht im Himmel nennen können, weil wir bloß einiges Geld machen, mit Kleidung und so weiter, dass wir das nicht kennenlernen, dass wir uns hart gemacht haben wollen, aber was ich will, du kommst so grüß, nicht so aufhören an mich, und ich habe Sinn, und ich glaube, ich habe alles, was ich habe getan, was so aufhören, und dort ist es, dass die holen, den einen Bibelbuch, nicht meine, wir dürfen herholen, dort muss ich nur eine, dort muss ich den Bibelbuch aufmerken, und sagen, was ich finden kann, und ich weiß bloß, so, dass das nicht tun wird, dass dort nicht, was du haben kann, wo du das haben soll, und in diesem Video wird ein toll, ein tolles Bild kommen, der nächste ist das, soviel hast du noch mitgekommen, einer sagt, du hast immer lichtige Kleidung, und lass noch ein kleines Geld dir, der nächste sagt, du brauchst den Herbst, ich muss meine deutsche Kleidung haben, du kannst englische Kleidung, einer sagt, ab hier mit dir brauchen, einer sagt, danke schön für dich brauchen, mein Mann sagt, ich soll ab hier mit dir brauchen, und in diesem Video kann ich nur ein kleines Geld sein, würde ich alle sagen, würde ich immer alle zu hören, zu dir, immer frisch und immer frisch, und würde ich sagen, all diese Dinge aus dort, kommen von solchen leeren, geleeren Menschen, einem unterstumpen, wenn du einen Hacker vertellen lässt, aus was die alle gewohnt sind, dann du muss nachher gehen, und alles, was du kennst, haben dich, die brauche, durchzustumpen, weil, würde ich sagen, ich habe mich nicht gehört, ich habe gesagt, ich habe mich nicht gehört, ich bin zu uns und sagte, ich dachte, das ist gut, ich kann auch in anderen wach, das ist gut, ich weiß nicht, ich habe gerade versprochen, ich will das tun, aber ich ist nicht meine Gerscheinheit, weil ich war am Tag auf dem Frauen, und ich war den Youtube-Channel auflöschen, und ich war, äh, bis man Engeländer schufen, wo die DJ mit Kümmermaier zu sein kriegen, das Ding ist, und ich habe einen DJ-Hack-Eltere zu haben, grünlich sein, nicht nur bloß, dass ich kein TV-Hack kommt, was ich weiß, aber auch mit Gesundheit, wenn ich nicht komme, trage mich, dass ich nicht so etwas, dass ich blind bin, und ich habe mir Gottes Hilfe, dass ich mir so etwas träge, dass ich nicht so etwas träge, dass ich nicht so etwas bin, sondern ich habe das Smart, ich will mich vornehmen, und ich bin im Zick, dass du ganz versuchten, dass du dein Garbischklipp vorst, mit dem YouTube-Channel, mit dem YouTube-Channel ist. Und ich will auch nicht nur ein Quack vor, und ich will zuerst bleiben im Bad legen, ich will immer mit alles. Und dann, wenn du uns sehr nahes umklappern, und sie am nächsten Tag, stuhe ab und vor nur ein Quack. Und wir fuhren nur ein Quack, doch wir sind so eine schöne Quack, und die Präder hat mich sehr frisch abgeklappt ins eigene Haus vor. Ich habe so einen Brand, und heute kam nach meinen Videos zu merken, und nach meinen Lehren, und wenn das alles bloß aus meiner Saal kam, ich habe auch lange abgeklappt, auch lange. So, ich gehe mir ein Fleisch auf, und ich werde wieder auf die Videos zu merken, dass die Öl nicht mehr. Und gerade dann, wo lange, oder wird von Karten getötet, mit Gottes Hilfe. An das eigene Fleisch, weil es ist, wenn ich einmal alles in den Garbischklippchen habe, und dann bloß, äh, fährige Arbeiten, damit es nicht so schwer ist, oder damit es nicht so weit ist, und ans Fleisch. So sehe ich, dass ich richtig dumm triefe, von so einer unerfrorenen Menschen, aus dem Dolmchen zu sein. Und dann, denke ich so, dann muss sie, dann muss sie gehen, dann muss sie gehen, dann muss sie gehen. Und dann muss sie gehen. Aber ich weiß, es kann meine Oma drin, und sie, sie kostet nichts, und sie muss wieder schufen. Und was, warum? Ich so, aber kann sein, mit dem, was ich rede, mit all den Jahren, und ich kann mit Menschen geschufen, wenn er nicht helfen kann, und nicht helfen kann. Und vielmals, der früh ist, hat ein Narcissist, und, äh, gewollt, immer, für den Mann, und dann, wenn der in die Hand kommt, dann muss er auch so krank, denn die Kinder sind krank, der um die Städte, und so ist das, na, was ist das, und so ist das. So, ich, mit dem Glück-Dealing, mit dem Glück-Schaufen, nicht bloß, dass ich ein Gehirn habe von anderen, der um die Städte, und so, mit so einem Menschen, kann ich nicht stehen, weil der krank, und er wird von der Feucht, der früh tut es, so eine Stoppe, und ich muss nicht mitkommen, dann halt nichts. Und wenn der früh will, dann nehme ich an, und bei so einem Monat, dort, muss ich dann durchlaufen, dort ist es so schwer. All diese Jahre, habe ich, mit so einem Menschen geschafft, wo sie es dort manchmal, nicht einmal glitten, nicht einmal aus der kleinen Klo, und hast dich unterwohlen, wo ich halt erfuhren hätte ich. All diese Jahre, was Narcissist, kann die unter Menschen, und wenn die lang genug, die gehen, früh ist es dort, und, äh, wenn die mitkommen, dann, dann geht die mir krank, es dort, gehen, gehen, und meine Arbeit, nicht von meinen, äh, von meinen selbst. Wenn ich drei gerne meine Videos habe, weil ich weiß, ich kann nichts stellen ohne Gott, nichts. Wenn Gott nicht an mich ist, dann spürt ich mich, ich kann mich, ich kann nichts halten, ich kann nichts stellen ohne Gott, nichts. So, dein Narcissism, ist also wearing, me out, too. Not just your wives, and your husbands, it's doing it to me, too. Und dort, wo dann, dort, 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 Und wenn du so nicht gewollt, mit Narcissism, der gute Hahn, der kann sich bloß für den Tüttchen. Sie sehen, wie es nicht sein soll. Sie erleben eine Stadt. Sie sind gut gemeint. Sie sind Fan. Sie ist alles bitter in ihr Leben. Dort kommen ein paar Monate Vertrauen. Vorher fünf, sechs Monate ab der Höchste. Und dann sagen sie, Sie sind meine Familie nicht verstanden. Nur weil ich meine drei Wochen erschwiegen. Dort sind Narcissist. Dort sind sie, was ihr gewollt habt. Sondern dort geht es nicht zu Hause. Wir haben keine Städte. Sie haben keine Hilfe. Sie haben keine Hilfe. Deswegen sind die Städte. Sie sind lebendig. Aber sie haben keine Angst. Sie haben keine Liebe. Aber sie haben keine Narcissist. Wenn sie so ein Weiches leuchtet, dort ist sie noch ganz lebendig. Sie haben dort nicht nur ein Schatz gebracht. Wenn sie ein weißer Tüttchen haben, natürlich, dann einmal hostig. Wenn sie dann abstehen, dann dürfen diejenigen, die so ein Partner haben, die Narcissism ist, die gewollt haben, dort mal checken. Wenn sie dann frisch abstehen, dann dürfen sie noch viel Eure aus der Ferne dort haben. Wenn sie nicht an uns aufrechnen, dann haben sie den Tüttchen hingeladen. Die Fäulen sich, dass sie so ein Verstruf gewaßt. Sie haben zu viel hingeladen. Nicht unsere Nachteile aus der Eure steuern. Und nur wie ihnen sagen die Menschen, die Städte sind nicht die Brücken für Menschen. Die kommen durch die Schlechte aus der Eure spüren. Die sind nicht die Brücken, die nicht die Brücken für die Schuld. Die sind keine Schuld. Sie haben das getan. Sie sind Narcissist und haben dort nicht weich gelegt. Sie sind nicht die Schuld. Die sind nicht die Schuld. Narcissist ist eine Schlechte mit der Länge zu kommen. Ich habe noch ein Video gefangen. Ich war heute noch ein Video auf YouTube. Dort ist es gleich, wenn jemand einen Klopper schlagen würde. Ich habe noch ein Video auf. Ich habe es in der Schule gearbeitet und in der Schule zu reden. Und ich konnte nicht sagen, dass ich nicht mehr so ein Freund sein würde. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Die kommen immer so ein Freund zu reden. Immer so ein Freund. Dort sind Narcissist. Bloß, da denkt man, vielleicht ist der Anfang der Schule in der Welt, dass sie lernen, was dort ist. Und wie viel Schwierigkeiten dort bringen wird. Ich weiß nicht. Seid ich der Einzige? Ich weiß nicht. Aber ich schaue und so viele Jahre dort. Lange immer direkt dort nicht. Unerkannt, wo dort wird. Ich weiß bloß, wann Vasseli bei uns und bei meinen Hüspanien gewesen wäre. Ich habe heute geholfen. Ich freue mich so. Meine Energien werden alle weg. In der ganzen Welt werden dunkel. Nach der nächste Länge kommt, dann fällt einer sich ab. Abgebiet. Krag dein Narcissist, der dann alle einzigen Energie ruht. Und das dort den Reaktärpartner, der dann alle Energie ruht. Dort sind gleich bloß im Bessengehen ohne Menschen. Dort ist viel Dissert, viel Däubrit, viel Gefährdelt, aus einer Sekunde zu kommen. Ich denke. Weil ich kann dir sein hören. Ich habe nachher einmal gesagt, dass eine Fliegerstufe und die Lieder sind tot bleiben. Wenn die tot gefrieden sind, dass die tot bleiben. Aber wenn dein Partner kein Müll will aufkriegen, wird das nicht bestehen für die Säulichkeit. Wenn jemand ein Bluss mit gewollt tot bleiben, wenn deine Eltern und deine Schwereldern können nichts sagen, was er in deinem Haus wiederdrehen hat, dann wird das nicht bestehen. Ich darf sehr, sehr, sehr ernst sein für tot bleiben, weil du sind Städte und Dinge, die es sonst nicht geschaffen hat. Was ich von deinen Laufsbrechern tun, dann wird das nicht bestehen. Und ich kann nicht für diese Stunden sagen, ob mein Partner das tut. Aber wenn die Menschen aus den Neuen gehen gehen, dann wird sie allein bleiben. Hier ist eine Bandschrift von einer Frau. Wenn du eine Frau ist, dann ist es besser für ein Mann allein zu sein. Aber ein Mann kann auch ein Narcissist sein, ich glaube es gibt. Eine Frau ist ein Mann. Und was du sagst, Narcissist werden alle eine Bibeltee, das das los hat gestern. Eine Bibeltee werden auch ein Narcissist. Und die denken, zwei Mal was für eine Bühne, zwei Mal. Das ist gefährlich, und das lohnt sich abzupassen. So von hier wieder, wenn du ihnen dazu folgen hast, die haben alle Haupt gesagt, und die haben alle nichts, dass es keine Ruhe gibt. Das geht mir eigentlich, dass du früh oder ein Mann beginnst. Wer immer hat, das war das, das dort der Narcissist ist, und warum du dein Leben nicht wieder schaffen hast. Wenn die alle sind, bei Kamino der Luz, oder jede Pause gewusst, das ist das. Ein paar Monate vertragen, alle schaffen, einmal hast du gesagt, dass es nicht übel ist, als es ich gewusst ist. Wenn du als Narcissist, und dort als ein Tvogesächter gewusst, wenn er als Tvogesächter gewusst, haben sie gesagt, dass sie alles mitmerken, was sie essen, sie geben sich ganz Hand, wenn sie spüren, dann denken sie so, oh weu, hey, nu, nu wollen wir ans Bett erreichen, nu wollen wir Bett erlassen. Dort sind Narcissist, gerade sind es dort. Und mit dem alle gesagt, dass es mit einer Stunde geht, dass es nicht so gut geht, nicht so gut geht, dass es nicht so gut geht. Nicht so zu denken, okay, das ist noch ein Narcissistisches Ding. Ein tolles Mensch sein, Deutsch sein, da ist Susanna Rutz, eine solche Verpuchte, oder eine große Friede, oder so eine Dinge aus dort, das ist alles, was sie fängt, in der Arbeit. Auch ein Narcissist, die wollen, probieren mich nicht mehr, und noch nichts machen. Nichts. Ich bringe die Worte herunter, die mit Gottes Große, Gott sei Dank können, die Worte herunter vertellen. Und ich sage, nicht, dass es nicht so gut geht, aber dort ist ein sehr Narcissistisches Trait. Die Leute sagen, die sagen, dass du als Mutter, oder dass du als, wer du in der Welt in einem positiven Weich sein kannst. Denn die sind sehr negativ, die Narcissist sind sehr negativ. Die gleichen, alles Duhl, Schwarz, Dunkel, alles Schweins, schweins, dass es nicht so gut geht. Wenn die Leute finden, was die Mutter ist, oder so scharf dich, die können dort so schlecht liegen, damit die alle Sachen dünn absehen, dass unsere Menschen auch sein bleiben. Oh, ich habe nicht, wenn man einmal hört, das Essen wird nicht verpucht. Und vielleicht ist der gleich so mutig. Und meine Mutter und mich selbst nicht, ich habe keine Kugel dort gesagt. Ich werde alles voll klettern. Meine Mutter und mich, die nicht mutig sind, und hier war der für das Kameraset und in einem guten Video merken, du tämt glück von Jözes. Und ich habe eine. Du tämt von Jözes. Wollt ihr die Jözes sein, wenn die Jözes ist sein? Ist das nicht irgendverpuchtig? Wenn du, die Mutter tämt von dir, wollt ihr alles die Jözes sein, wenn die Amir sein. Da war ich sehr flot drin in da und proben, im Himmel, dann. Pass auf, was die Hieb Eden da.